Ja, wir haben es bisher am Sonntag haben wir so halb gesagt, dass wir es mal mit Niki, äh, Niki, ihrer Fam schauen, weil wir das bisher noch nicht gemacht haben. Aber das war so halb ausgemacht. Wieso, wer kommt beim Walle alles? Also die Mädels schauen, kommen gar nicht. Ne, ich bin aber aufs Spiel gegangen, aber ich komm gleich. Ich bin echt spannend, wie das bei mir jetzt ausschaut, weil ich hab, ich hoffe ich muss mich nicht neu einrichten. Und ich hoffe, das hat das alles übernommen. Stimmt, ich war ja eigentlich der GMG Maddie, aber das hab ich, glaub ich, irgendwann rübergezogen und dann war aber irgendwie die Hälfte meiner Autos weg. Aber hatte ich echt mal wieder Bock drauf, jetzt ist ein bisschen entspannter, glaub ich. Naja, glaub ich. Brauchst du ja bloß Typen. Ja, die wollte ich schon immer mal machen. Aber da hab ich gerade aufgehört. Da hab ich gerade aufgehört. Ach nö, wer bin denn ich? Ach nö, Bruder. Wer bin denn ich? Das bin nicht ich. Das ist nicht... Das ist nicht mein Charakter. Ey, und jetzt schreibt mein Kumpel, den ich vor zwei Stunden geschrieben hab, ob ich noch on bin. Das ist doch ein Choke. Alter, ich weiß gerade gar nicht. Oh, das ist komisch, ne andere Steuerung einfach. Äh, wie läuft man da? Wie läuft man da? Auf X? Was? Weiß ich nicht mehr. Kein Hackeln. Kein Hackeln. Nee, der schaut mal auf WhatsApp. Das ist so ein Choke, Alter. Ich hab die ganze Zeit gewartet, dass irgendein Pimmel angeht. Zwei Stunden lang. Ja, scheiße, da. Nee. Du mach'n halt schon, aber... Warte mal, oder wie lange, wie lange könntest du? Okay. Ja, wer gesagt, er könnte... Ja, geschieben, ich könnte jetzt noch paar Runden. Aber ich, 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 also mit dem Account kann ich jetzt eh nix anfangen. Ich bin irgendein Glatzkopf. Das soll mein Bruder, glaub' ich, sein. Und ich hab keinen Plan. Ich hab, ich dachte, ich hab den rüber transferiert. Ja, aber weißt du, wie man den rüberziehen kann auf einen anderen PS-Ding? Was über die Social-Club-App? Das ist das Einzige, was ich bisher gemacht hab, ist, drei Leute in die Fresse gehauen. Was kann man da... Alter, ich bin so lost mit der Steuerung. Ja, das dachte ich mir auch schon. Hättest du gesagt, das heißt, machen wir da nochmal einmal zu viert, oder? Ja, das ist das. Also, was, wenn du erwischt wirst? Achso, achso, ja, 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 stimmt. Äh, kann es eigentlich auch sein, dass PC-Spieler oder so jetzt eigentlich schon ein neues GTA haben mit den echten Automarken? Weil ich ein paar Mal irgendwie Leute gesehen hab' oder der... Zumindest, zumindest, äh... Habe ich bei manchen zugeschaut, die so... ...die so... ...mehr gestikulieren können oder mehr interagten können. Ich weiß, ob das jetzt die update... Aber jetzt gibt's für alle, so, das ist nur für den PC. Achso, ja. Hey, ich hab's bei einer Streamer-Rennen, hab ich's mal gesehen. Und ich dachte mir so, hä? Ist irgendwie was nicer, aber irgendwie war's überhaupt nicht nicer. Ach, Leute, da kannst du ja nicht während dem Faden aussteigen, wie bei... wie bei COD, der schmeißt dich ausm Auto raus. Es ist halt so weird. Aber ich... Oh, Digga. Ja, da muss ich mal schauen, wie ich das mach'. Ah, jetzt hab ich mal Polizei bekommen. Hast du mich... Hast du mich bei GMG, Martina? Ach, da sind zwei, da sind zwei Dudes. Hallo, I'm friendly. Ach, der eine hat geiles Ding. Stimmt, da kann man ja ausschalten, dass man abgeschossen wird. Ja, wie sagt man da? Der ist durchsichtig. Passiert. Ja, genau, genau, genau. Braucht man für irgendwas das... linke Steuerkreuz? Das ist aber nicht für die Waffen, oder? Hey, weißt du das? Ist für... Ist das... Ist das... Das linke Steuerkreuz für irgendwas gut? Weil ich hab... Ich hab ja mein Steuerkreuz nach unten geht ja nicht. Und ich hab das... Mein Gott, ich will doch bloß Bus fahren. Verpiss dich. Herren, wie tun wir Waffen noch mal raus? Ja, Grafik fand ich damals auch noch viel krasser. Damals war es so richtig... Alter, das schaut alles so echt aus. Aber im Vergleich zu COD... Also COD ist ja schon wirklich, wirklich... Noch... Ja, schon wirklich noch mal ein Unterschied. Ja, und wenn du... Wenn du die Storyg spielst von Warzone, oder ich... Ich weiß, ob das COD war, dann auch war... Da war die Grafik schon... Also da waren die Videos schon echt krank. Die... Die Videos haben echt ausgeschaut wie echte Menschen. Die Szenen. recht. Na Gott, davor hast du doch nicht mal echte Menschen. schneller oh Digger schießt er nicht auf mich ach so die Polizei schießt NEIN ich wollte doch bloß das Auto ich wollte doch bloß das Auto ach Hurensohn oh Motherfucker oh Motherfucker oh Fahr! Fahr! oh Digger was? echt? ich bin aber online also ja dann muss ich das nochmal einstellen das ist heute leider abfuck aber da hab ich echt bock drauf vor allem ach fuck ich will mal wieder in Farmer aussteigen mein Gott ähm ähm äh ach so wie was offen 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 lassen wie 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 da weg es ist so träge alles ist es zu träge du bist tot wieso steht auf der mutter steht wieder auf wirklich hin jetzt schlafen hubschrauber ja ok jetzt bin ich am arsch also ich switch mal wieder game